Aron, danke für die Nominierung der Stay-at-home-Challenge. So bin ich zuhause, so laufe ich zuhause rum. Danke für die Nominierung und jetzt zeige ich euch ein paar Entdecke, wie ich hier am trainieren bin. Klar, der ist immer am trainieren. Die erste Aufgabe, ganz einfach, wir Männer wissen das zuhause, immer schwer, vom Bierregal zum Kühlschrank. Machen wir heute Intervallläufen. Profis. Da ist wieder so viel drin hier, mein Mann Mann. Der nächste, jetzt anstrengen die weiter. Nächste Challenge vom Gleich. Nächste, ganz einfache Aufgabe. Keine vollen, leere Flaschen nehmen. Nimm den Ball, Abfahrtslager. Ganz einfach für zuhause, hier, zack. Dann gehe ich jetzt einfach mal Slager und hier rum. Von erster trifft natürlich nichts. Da habe ich es zack, zack, zack. Kann man aber nur mit leeren Flaschen machen. Nächste Challenge vom Gleich. Nächste, letzte Aufgabe, ganz wichtig, Taktik besprechen. Mit meinen elf Flaschen, jeden Mal vom Spiel, bin ich immer mit ihnen am Leben. Das ist der Torwart, da spielen wir mit einer ganz klassischen Viererkette. Bauen wir jetzt ganz schnell auf, hier, zack, Viererkette. Da seht ihr, machen wir zwei ganz klare Sechs an. Ihr müsst auch viel abräumen, dann reicht zum Außenspieler, zack und zwei Stürmer. Das Erfolgsgesetz vom Ersten. Da müssen wir Gas geben jetzt. Und weiter, immer weiter. Ja, ihr seht, so wie ich hier zuhause trainiere, das bringt Erfolg, das ist super. Nächste Nominierungen gehen an Tim Rieder. Tim, du bist ein klasse Typ und ich weiß, dass du mir was Geiles präsentierst. Bis dahin, euer Ersman. Dich, du bist ein klasse. Untertitelung des ZDF, 2020